Hallo ihr Lieben, ich habe noch ein Frisurvideo für euch und zwar geht es wieder um eine Alltagsfrisur. Ich mache was Geflochtenes heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss! Wir fangen jetzt an, wir nehmen jetzt einfach so eine Strähne und wir flechten sie. Ich nehme hier so einfach drei Teile wieder in drei Teile. Und dann flechte ich sie so, dass ich von hier unten einsträge und dann nehme ich von hier unten dazu und weiter. So, jetzt flechtet ihr nicht mehr am Kopf entlang, sondern ihr lasst die Strähne so runterhängen. So, jetzt nehmen wir auch von hier unten die Strähne. Am besten, wenn ihr euch noch ein Scheitel oder ein bisschen ein Scheitel, dann wisst ihr was zu welcher Seite ihr seid. Und das mache ich jetzt hier noch auf der Seite. Ich nehme wieder die Strähne, Teil sie in drei. Und wenn das hier so hängt, das soll eigentlich auch auf der anderen Seite so hängen. Also, wenn ihr euch das von vorne macht, dann hängt das auch hier hinten, wenn ihr euch immer das so nach vorne zieht. Ich werde das gleich so ein bisschen auseinander gehen. Also, ich ziehe jetzt hier wieder Haare raus, ne. Und das soll schon sehr locker sein, die Hände. Ich nehme jetzt die Strähne, drehe sie um. Ja. Dann mache ich die hier fest, überall. Am besten, wenn ich es ehmals mache, sodass ihr es ihm nicht wehtut. So. Dann nehme ich auch richtig festmachen. Dann nehme ich die Strähne wieder. Dann lege ich sie wieder hier unten rum. Mach sie wieder fest. Dann nehme ich diese Strähne, drehe sie auch um. Dann lege ich es. Dann te übel. Dann teste dann auch den Strähne über den Strähne. Genau, so sieht das aus. Also wie gesagt, die Gorbit Pins noch ein bisschen besser verstecken. Ihr könnt das hier alles noch viel fester machen. Ich tue ihr nur so gerade ein bisschen weh hiermit und ja, dann wären wir eigentlich fertig. So, ihr könnt das Ganze noch fixieren und das sieht doch super aus, oder? Für so eine Weihnachtsfeier oder einfach so. Ich finde Flechtfiguren, Frisuren, Figuren sehen wirklich das ganze Jahr sogar super aus. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, schreibt mir unter ein Bild, dass ihr abonnent seid. Da folge ich euch super gerne zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!